Die Gaben, Brot und Wein Diese Gaben sind für uns Christen sehr besondere Gaben. Das zeigt auch die Farbe der Schale und des Kelchs. Denn diese sind meist in Gold. Das hebt die Besonderheit hervor. Diese Sachen werden in einem großen Tresor in der Sakristei aufbewahrt. Hostie Die Hostien werden in einem Schrank in der Sakristei aufbewahrt und vor dem Gottesdienst in eine goldene Schale gelegt. Kelch Im Kelch werden Wein und Wasser gemischt. Wein und Wasser stehen für das Blut von Jesus Christus, da dies auch besonders für uns Christen ist. Diese Gaben und weitere Gegenstände werden in der Kirche auf einen Gabentisch gestellt.